Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich habe dich im vorletzten Stream gefragt, ob du eine Challenge annehmen würdest, wenn ich eine hohe. Ade, ich habe dir ein V-Ideo gewidmet und würde mich freuen, wenn du dir die ersten zwei Minuten angucken wie... ...irdes Channel Key-Ins. Ich trau deiner Nachricht. Du musst wissen, ich trau URLs nicht mehr. Acht von zehn URLs, die mir in Patronation-Nachricht geschickt werden, sind Rickroll. Also, es kann ein Rickroll sein. Ich tendiere auch dazu, ihm zu vertrauen. Aber Links in Donation-Nachrichten sind immer super mit Vorsicht zu genießen. Ich... Vielleicht hört jetzt gleich was. Ich drück's gleich weg. Nee, nee, nee. Okay, ist das normal. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich kann euch das gar nicht wirklich zeigen, weil mein Setup... Okay, ihr seht vielleicht gleich übelsten Crap. Kings, hier. Ich habe Mario Odyssey mit Essstäbchen durchgespielt. Warte mal. Warum ist das so leise? Ach so, weil das grünen, glaube ich. Nein. Oh mein Gott. Ja. Ja. Aber sind das wirklich Essstäbchen, die der da hat? Ja, das ist da vorne hin. Also, mit Rollen wird, glaube ich, nix, oder? Krieg ich das hin? Wie roll ich? Ach, ist mir das. Okay. Klappt doch. Ach du Scheiße. Kings, ich werde mich daran probieren. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Aber in irgendeiner Art und Weise werde ich dem ganzen Mal in dem Video eine Chance widmen. Ich kann aber nicht versprechen, ob ich das Ganze, ob ich das ganze Spiel durchspiele. Aber ich werde mal, ich werde mal ein Video machen, wo ich keine Ahnung, wo ich einfach mal mache, das Ganze mit Essstäbchen durchspiele. Hast du eine gute Handyempfehlung? Schwierig. Also, das Problem ist, ich nutze gern iPhones mittlerweile. Aber ich weiß auch, dass die preis-leistungstechnisch halt voll Panne sind. Das Problem ist einfach, dass es, wenn du einmal eins hast, ich habe, mein erstes iPhone war, habe ich von der Firma bekommen. Davor hatte ich immer, immer Samsung-Handys. Und ich habe dann halt als Firmenhandy ein iPhone bekommen. Das konnte ich dann auch privat verwenden. Und das ist, das Betriebssystem ist halt echt gut. Also, du kannst sagen, was du willst. iOS als Betriebssystem ist insane. Ich arbeite viel mit meinem Handy und mein Problem bei Samsung-Handys, die ich davor hatte, war immer, dass sie irgendwann einfach in die Knie gegangen sind. Und dass du nicht so schön smooth zwischen Apps wechseln konntest. Und iPhones flogen einfach. Also, du machst Sachen und die Apps und Sachen, Chat scrollen, fliegen so flüssig. Also, ich habe das jetzt über zwei Jahre. Ich pflege das Null und es läuft immer noch wie am Tag Eins. Und das ist halt so, das hatte ich bei Samsung nie. Mit Sicherheit. 100 Prozent. OnePlus ist eine sehr gute Firma, was ich mitbekomme. Auch die neuen Samsungs sollen sehr gut sein. Also, ich habe einen Honor Play von Huawei. Das ist, glaube ich, so eine Unterfirma. Und das ist auch relativ günstig. Ich glaube, nicht mal 250 Euro, das damals gekostet. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Die Kamera ist jetzt nicht die allerbeste, aber sonst funktioniert das wie ein und ein. Also, ich glaube, wenn ich jetzt preis-leistungstechnisch eins empfehlen würde, würde ich sagen, würde ich den OnePlus. Also, die sind wirklich, wirklich gut. Steigen jetzt auch ein bisschen den Preis. Also, die merken auch, dass sie langsam sehr beliebt sind. Die waren früher so ein Nischenprodukt. Aber ich glaube, mit dem OnePlus hast du aktuell preis-leistungstechnisch das Beste, was du kriegen kannst. Hallo Leute, herzlich willkommen zum OnePlus-Käse-Haul. Mit mir, der Alina und heute dabei der liebe... Hübi. Hübi. Wundert euch nicht, er ist manchmal noch ein bisschen schüchtern, weil er neu hier ist. Aber ich bin mir sicher, er lebt sich ganz schön hier ein. Aber wenn du Beauty-Youtuberin bist, dann musst du also auch stinkreich sein, oder? Das schon. Ich muss nur ganz kurz... Ne, warte, warte, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Oh ja, ihr habt ja auch eine schöne Kamera, Freunde. Okay, ich glaube, wir schaffen es heute nicht. Also laut der Anzeige fehlen uns auf fünft... Hä? Vielleicht ist aber auch die Prozentanzeige weird. Also es kann eigentlich nicht sein, dass... Bye. Wir werden es sehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es heute durchspielen, ist relativ gering. Ich nehme das zurück, aber... Es soll man vielleicht in den Titeln stehen. Ist ja schlimm. Deswegen habe ich vielleicht in den Titeln gehabt. Aber... Also ich glaube immer noch, dass wir die Overworld fertig haben. Wir spielen heute einfach mal die ganzen Level durch. Und dann... Also so weit es geht. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir stehen. Warte mal, ich habe die Rezli-Schule. Oh, okay. Kein Problem. Ich habe halt die ganze Zeit durchgespielt. Und da ist schon das erste Wappen. Wir haben ja, glaube ich, im Mittelalter auch die Fähigkeit, dass hier der Charakter stark ist. Das heißt, das hier, genau, kann jeder aufreisen. Ah, das ist der Schule in Gefahr. Ja, grüß dich. Ja, wir interagieren einfach mal mit allem und gucken, was passiert. Ich meine, manchmal muss doch irgendwo anders mit was interagieren. Und dann fährt da irgendwas hin oder so. Ah, da brauchst du den roten Zauber-Spruch. Genau, dann kannst du ja was ausschneiden. Die jugendliche Straftäter demolieren Spielplatz. Quatsch, ich bin... Ich bin Profi. Oh mein Gott. Du hast uns einfach einen Traktor gebaut. Ich darf nicht rüber. Boah, dieser aufgeteilte Ritschirm ist so weird, wenn wir in diese Brücke fahren sollen. Help me, Stepbro. I'm stuck. Ja, er leuchtet rot. Das sieht gut aus. Du bist jetzt ganz sachte und behutsam rüber. So einfach kann es sein. Ich bin auch sehr gut darin, in des Nachbars Rasen demolieren. Ich brauch dich jetzt. Hier, der Knopf. Schießen. Genau. Und die sind jetzt irgendwo so... Genau, die Rettungsbollen müssen wir treffen. Die müssen wir jetzt immer treffen. Das ist wichtig. Wenn wir von denen fünf treffen, dann gibt es was gegiftet für uns. Da vorne ist die drei. Sehr schön. Ich habe irgendwie Angst. Da ist noch eine. Da drüben, da drüben. Sehr schön. Jetzt ist das die letzte. Yes. Jawohl. Und dann können wir uns jetzt verziehen. Bro. Meine Random-Frage. Schaust du WandaVision? Nein, noch nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Marvel-Fanboy, muss ich zugeben. Ich habe schon viel Gutes tatsächlich drüber gehört. Vielleicht muss ich dir mal eine Chance geben. Aber ich habe Angst, dass es so eine typische... Wie soll ich sagen? Ja, halt so eine Super-Hitenselbezüge. Ja, ganz lustig und funny und so halt Marvel. So halt diese typische Marvel-Epicness. Aber wir gucken gerade wieder House of Cards durch. Und ich bin wieder so krass im Fanboy-Modus. Ich muss ja wieder feststellen, dass es nur so wenig Serien gibt, die auf diesem Level mitspielen. Marvel hat mit der Serie mal was Neues versucht. Okay, ich sage mal, wenn es nur acht Folgen sind... Ich sage mal, wenn ich dann irgendwann... Wenn ich jetzt da wieder daheim bin, dann baue ich ja abends wahrscheinlich auch wieder Lego. Weil wir dann kein House of Cards mehr zusammen gucken. Oh. Und da suche ich eh gerade nach was Neuem. Ich weiß gar nicht, was habe ich in der letzten Zeit... Nee, ich habe... Ich habe Mandalorian fertig geguckt. Ich habe irgendwann noch eine Serie, die ich geschaut habe. Nee, ich glaube nicht. Ja, eventuell gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Was auch richtig nice ist, Fast and Furious, 6 habe ich letztens geschaut, ist wohl der beste Fast and Furious. Kennst du die Reihe? Ganz sporadisch. Also, wenn Fast and Furious mal im Fernsehen lief, habe ich das mal angeschaut. Aber... Und ich glaube, den letzten habe ich sogar im Kino gesehen. Aber der war todesweird. Das war irgendwas mit Zukunftswaffen und Robotern und so einem Stuff. Ich dachte mir so, Alter, was hat es denn in Fast and Furious zu suchen? Von dem... Mit dem war ich maximal überfordert. Sonst habe ich davon nicht viel gesehen. Alles, was schwarze Silhou... Also... Doch, alles, was schwarze Silhouetten hat. Der Rest ist Fragezeichen. Und manche Charaktere switchen auch so durch. Oh mein Gott, ich habe Bellatrix. Kaching, kaching. Also, ich liebe das Kasten-Kaching-Geräusch. Es ist so satisfying. Aha! Da haben wir... Okay, das sind aber jetzt so viele kleine Mini-Level. Deswegen sollten wir hier, glaube ich, ziemlich schnell durchkommen. Genau, da musst du immer mit Geld drauf zaubern. Oh mein Gott, du bist einfach Hermine im Bellatrix-Kleid. Pass auf, Ultrasimp. Geld drauf, Grün-Rot. Das war eine falsche Gnade. Ach, ich will immer Y drücken. Ich glaube, B musst du drücken. Ich glaube, A. Nein, ich höre nicht auf, Hibi. Er hat nicht schon ein paar Lego-Spiele gespielt. Ich glaube, ich drücke den Knopf, den ich drücken will. X. Es ist eure wertvolle Stream-Zeit, Freunde. Es ist gar kein Problem. Hey! Ich bin mit B. Ach so, mit B. Ja, krass. Jetzt nicht mehr da. Da brauchen wir Dark Magie. Da sehe ich mich. Da musst du den Unsichtbarkeitsumhang durch. Und hol mir hier Creature. Genau. So, Arthur, Creature und Sirius. Coole Charaktere auf jeden Fall. Okay, ich mache jetzt in diesem Sinne. Ich bin psychisch durch. Ich bin psychisch. Ich danke dir, dass du mich auf dieser beschwerlichen Reise begleitet hast. Wir haben komplett Teil 5 zu 100% durchgespielt. Viele Charaktere gekauft, alle goldenen Steine gekauft. Die Bonus-Mission abgeschlossen. Das passt. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Ich lag mal vollkommen falsch mit, dass wir die 100% heute schaffen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.